Microsoft bietet mit Windows 10 ein Feature namens Windows Spotlight an, das auf Deutsch natürlich wieder besonders schön mit Windows Blickpunkt übersetzt wird. Es ist ein ziemlich cooles Feature, das euch jeden Tag ein neues, schönes Hintergrundbild auf dem Sperrbildschirm betrachten lässt. Meistens sind das schöne Landschaften oder besondere Orte, die natürlich wunderbar mit der Kamera eingefangen wurden. Wenn ihr Windows Spotlight aktiviert habt, dürftet ihr schon auf das eine oder andere beeindruckende Wallpaper gestoßen sein. Im Gegensatz zu den Hintergründen auf der Homepage von Bing, das ist übrigens die Suchmaschine von Microsoft, falls ihr noch nie davon gehört habt, muss man übrigens auch nicht wissen, könnt ihr Windows Spotlight Aufnahmen nicht herunterladen, zumindest nicht offiziell. Logischerweise gibt es hierfür jedoch eine inoffizielle Lösung in Form eines sehr coolen Microsoft Store Programms, welches wir euch heute vorstellen möchten. Die Spotbright App ist ein UWP basiertes Windows Programm, das kostenlos im Microsoft Store für Windows 10 heruntergeladen werden kann. Es erlaubt euch, die gesamte aktuelle Sammlung an Spotlight Bildern herunterzuladen, nach neuen Bildern zu suchen, sowie den Speicherort der gefundenen Aufnahmen zu öffnen. Wenn ihr die Aufnahmen herunterladet, bekommt ihr diese sowohl im Hochformat als auch im Querformat auf euer System. Damit könnt ihr die Hochformat Aufnahmen zum Beispiel als Sperrbildschirmhintergrund oder als Wallpaper auf dem Smartphone nutzen. Dadurch, dass Spotbright nicht über Windows, sondern direkt auf den Server der Aufnahmen zugreift, funktioniert die App auch dann, wenn ihr Windows Spotlight selbst nicht aktiviert habt. In den Optionen der App könnt ihr dann noch eine ganze Reihe von Dingen festlegen, darunter eine Benachrichtigung über neu verfügbare Bilder, sprich ob zum Beispiel auch die Hochformatbilder gespeichert werden sollen, die automatische Aktualisierung des Sperrbildschirms sowie des Desktop-Hintergrunds. Wenn euch ein einzelnes Bild dann besonders gut gefällt, könnt ihr dieses dann problemlos aus Desktop- oder auch aus Sperrbildschirmhintergrund festlegen. Entwickelt wurde die App vom deutschen Entwickler Timo Patel, der seine Anwendung lediglich über eine kleine Werbeanzeige am oberen Rand des Bildschirms finanziert. Wenn ihr Spotbright also praktisch findet, solltet ihr die Pro-Version für 99 Cent kaufen und dem Entwickler eine, naja, Tasse Kaffee aus dem Supermarkt-Kühlregal spendieren. Das war es dann auch schon von mir und von dieser sehr kleinen Programmvorstellung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch auf jeden Fall ein Like da und wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows sehen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Ich würde mich jedenfalls sehr über euer Abo freuen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.